Moin Leute, hat der Bundesrat die Vereinfachung für Mieter, die ein Balkonkraftwerk haben wollen, etwa abgelehnt? Bei uns im Forum gab es jetzt schon jede Menge Befürchtungen und ich sag's jetzt schon mal, ich hab mit dem Team des Abgeordneten von Alexander Vogt gesprochen und kann euch jetzt aufklären, was der Bundesrat eigentlich wirklich beschlossen hat. So und heute geht's aber nicht nur darum, sondern es geht um wirklich ernstes Problem und zwar, was mach ich eigentlich, wenn ich Mieter bin und ein Balkonkraftwerk anbringen möchte, der Vermieter mir aber mega hohe Hürden auferlegt und zwar so hohe, dass es eigentlich praktisch keinen Sinn mehr macht, ein Balkonkraftwerk zu installieren und haben die mit einigen Punkten, wie zum Beispiel der Statik, sogar recht. Besonders die Hürden werden hier durch die Immobilienlobby, wie zum Beispiel Haus und Grund unterstützt und ich erkläre euch, was da abgeht, wie ihr sogar helfen könnt und auch, wie die Politik hier eigentlich mit sehr, sehr kleinem Aufwand eine drohende Klagewelle abwenden könnte. Trotzdem möchte ich hier auch als Ingenieur sprechen und ein paar technische Einblicke in die Aufhängung von Balkonkraftwerken geben und hoffe einfach noch auf etwas Vernunft und Gesprächsbereitschaft. Wir sind auf jeden Fall bereit dazu. Jo, fangen wir mit dem Bundesrat an. Und zwar gab es in meinem Forum diese Diskussion über die Sitzung vom Bundesrat im November und zwar waren die Leute der Meinung, dass der Bundesrat die sogenannte Privilegierung von Balkonkraftwerken abgelehnt hat. Das ist der wichtigste Punkt für uns, also auch in unserer großen Petition, die wir angestoßen haben. Kurz gesagt geht es darum, dass ihr zukünftig euer Balkonkraftwerk installieren könnt, ohne dass ihr zum Beispiel eine Wohneigentümergemeinschaft nach der Zustimmung fragen müsst oder sowas. Ihr könnt es quasi einfach machen. Es wird also deutlich einfacher und kann nicht so ohne weiteres abgelehnt werden. Hat der Bundesrat das jetzt abgelehnt? Nee, aber es waren unfassbar emotional und die haben bis aufs Blut gestritten. Hier ein Ausschnitt der unglaublich heftigen Diskussion. Wir kommen zur Abstimmung über die Ausschüssempfehlung und beginnen mit der Ziffer 1. Das ist eine Minderheit. Weiter geht es mit der 2. Ziffer 2. Auch das ist eine Minderheit. Okay, ich habe vielleicht ein klein bisschen übertrieben. Aber was war da jetzt eigentlich los? Also das hier ist das Protokoll und ich erkläre euch jetzt mal kurz, was da steht und was da eigentlich jetzt wirklich abgestimmt wurde. Das, was ich hier markiert habe, ist der Vorschlag der Bundesregierung, also von der Ampel sozusagen zur Vereinfachung vom Balkonkraftwerk und unter anderem auch die Privilegierung, damit es für euch als Mieter bald einfacher wird. Darunter steht dann die Ausschüssempfehlung. Also das sind Änderungswünsche von einem Fachausschuss. Und dort wurde unter anderem vorgeschlagen, die Privilegierung nicht nur auf Steckersolargeräte anzuwenden, sondern auch auf Photovoltaikanlagen im Allgemeinen. Also die wollten das Ganze noch ausweiten. Das heißt, die wollten den ursprünglichen Vorschlag der Bundesregierung sogar noch vergrößern. So, und der dritte Punkt, den ihr hier seht, das ist dann die Entscheidung des Bundesrats. Und zwar wurden die Punkte 1 und 2 nicht angenommen. Also im Grunde wurde der Vorschlag der Bundesregierung einfach so gelassen, wie er vorher schon war. Oder einfacher gesprochen, die Privilegierung der Balkonsolaranlagen bleibt ganz einfach so, wie sie bisher auch geplant wurde. Und das ist natürlich vollkommen okay. Damit hat der Bundesrat zu dem Gesetzentwurf entsprechend Stellung genommen. Man könnte quasi behaupten, es ist einfach gar nichts passiert und die Kiste war unfassbar unspektakulär. Bevor wir jetzt zu dem wichtigeren Punkt kommen, und zwar den Hürden, die durch Vermieter und die Immobilienlobby kommen. Ich habe mir aktuell eine der effizientesten Klimaanlagen auf dem Markt eingebaut und heize damit. Also Kanalabon nicht vergessen, um die Ergebnisse nicht zu verpassen, denn es ist tatsächlich sehr, sehr krass. Also es geht jetzt auch darum, dass wir möglicherweise komplett ohne Öl auskommen. Und mal sehen, ob es klappt. Ich weiß es tatsächlich auch noch nicht. Ich bekomme in letzter Zeit sehr, sehr häufig Meldungen, dass viele Vermieter einfach völlig absurde Auflagen von ihren Mietern verlangen. Und zwar so hoch, dass es praktisch keinen Sinn mehr macht, irgendwie ein Balkonkraftwerk zu installieren. Worum geht es da? Zum Beispiel hier. Da gab es eine Klage von einem Mieter, der von der Deutschen Umwelthilfe supportet wurde, gegen einen Vermieter, welcher von Haus und Grund vertreten wurde. Also ihr seht, da sind schon zwei ziemlich dicke Ochsen am Werk. Haus und Grund ist wohl das, was man als Immobilienlobby bezeichnen würde. Und so stellt sich eine generative KI die Leute vor. Und bevor ihr jetzt direkt eine Abmahnung abschickt, ja, denn die ein oder andere Führungspersönlichkeit von Haus und Grund hat schon einige Leute, die ich kenne, abgemahnt. Ist also ein Scherz hier, Satire und so, macht euch mal locker, ja. Aber der Fairness halber, hier ist das, was sich die KI unter dem DUH-Hai vorstellt. Fand ich auch ziemlich geil. Das ist ja schon auch irgendwie ein ziemlich stressiger Verein. Man beachtet den Bären mit dem Baseball unten links und den Rotz aus der Hai-Nase. Also, naja, die Abmahnung ist bekannterweise auch der gesündeste Weg, um Probleme zu klären. Also, was wäre diese Welt nur ohne Anwälte? Can you imagine a world without lawyers? So, aber jetzt Scherz beiseite. Warum war das eigentlich so wichtig? Es ging hier darum, dass das Ganze einmal als Musterklage geklärt wird, damit man sich in Zukunft darauf beziehen kann und dann nicht jedes Mal vor Gericht latschen muss. Also quasi, wir klären die Scheiße jetzt einmal und dann ist zumindest für ähnliche Fälle Ruhe im Pott. Vielleicht eine sinnvolle Idee. Naja, man könnte auch einfach miteinander reden oder so oder versuchen, das Ganze technisch zu lösen. Aber hey, sonst wird den Gerüchten noch langweilig. Das wollen wir ja nicht. Okay, sei es drum. Was hat der Vermieter jetzt eigentlich vom Mieter verlangt? Also, welche Hürden waren das denn konkret? Welche hat er dem Mieter auferlegt, die so krass waren? Also, das war zum einen ein Gutachten der Statik des Balkons, dann noch einen brandschutztechnischen Nachweis und eine Überprüfung der Hauselektronik. Vielleicht ja auch noch eine Urinprobe oder die Unterhosengröße oder vielleicht muss er auch noch einen dreifachen Rückwärtssalter aus dem Stand machen. Keine Ahnung. Also, das sind schon sehr hohe Hürden, die viel Geld kosten und die in meinen Augen eigentlich so ein Balkonkraftwerk dann in dem Sinne vollkommen unattraktiv machen. Ich gehe aber gleich auch noch mal als Ingenieur auf die Punkte ein, denn eigentlich sollte man das, wie gesagt, technisch und sachlich klären und ein paar Punkte sind ja schon interessant, die kann man sich zumindest mal anschauen und sehen, ob da vielleicht wirklich irgendein Problem besteht, denn an einer Stelle würde ich dem sogar zustimmen. Aber trotzdem, Gericht macht einfach viel, viel mehr Spaß als sachlich und technisch, also erzählen wir die Story mal weiter. Ja, wie ist es jetzt ausgegangen? Der Ausgang ist interessant, weil der Vermieter, vertreten von Haus und Hai, Ich meine, Hai und Grund, wisst schon, was ich meine, scheiß drauf. Naja, die Vermieterseite hat einfach aufgegeben. Ein Erfolg nur so halb leider. Für den einen Mieter zwar schon, weil bei ihm hängt jetzt ein Balkonkraftwerk und ich kann mir schon vorstellen, was der für ein Gesicht auflegt, wenn der Vermieter vorbeiläuft. Aber das Problem bei der Sache, es gab quasi kein Urteil vom Richter und daher ist das Ganze nicht als Musterklage zu gebrauchen. Tja, und so geht der Schwachsinn jetzt einfach weiter. Mein persönlicher Eindruck ist, dass das hier wirklich ein Taschenspielertrick war, um ein Grundsatzurteil zu verzögern. Aber gut, sei es drum, ist ja nicht so, als hätten wir Energieprobleme und könnten jede Kilowattstunde gebrauchen oder so. So, was ist denn jetzt? Was kann man jetzt eigentlich weiterhin machen, damit das mal vorwärts geht? Das Allerbeste wäre, wenn das Justizministerium hier irgendwie zu Potte kommen würde und hier den Gesetzesentwurf, den sie da vorgelegt haben, noch mal ein bisschen nachbessern. Dazu aber gleich noch mehr. Der andere Weg wäre eine Musterklage. Vermutlich kommt man um den Punkt sowieso nicht herum. Wie gesagt, das Justizministerium könnte aber wahrscheinlich die Anzahl der Klagen erheblich reduzieren, wenn die das ein bisschen genauer fassen würden. So, mich macht es persönlich auch ein bisschen fertig, dass man jetzt nicht hier irgendwie mit Vernunft argumentieren oder es klären könnte, aber es hilft nichts. Deswegen wäre es echt wichtig, falls ihr so einen repräsentativen Fall habt. Also, ihr habt ein Balkonkraftwerk, dürft es nicht installieren und haltet das für so einen Fall, den viele Leute genau so haben. Vielleicht auch gegen eine größere Wohnungsbaugesellschaft oder sowas. Die DUH sucht Leute, um hier eine Klarheit zu schaffen. Und ich weiß, viele von euch mögen die DUH nicht. Ich weiß auch, warum. Verrotzter Hai und dieser Scheißbär mit dem Baseball. Nein, im Ernst, ich mag diese Abmahnkultur auch nicht. Aber hier muss jetzt so schnell wie möglich ein Urteil her, damit einfach Ruhe einkehrt. Denn die Politik, insbesondere das Justizministerium, könnte dem zwar vorgreifen, wie ich jetzt gesagt habe, und uns all diesen Mist ersparen oder zumindest reduzieren, tut es aber offensichtlich nicht. Also, wenn du jetzt hier einen repräsentativen Fall hast, denk bitte drüber nach und melde dich je nachdem hier bei dieser E-Mail-Adresse. Ich überlege auch, ob ich das Ganze persönlich sogar unterstütze, weil ich es einfach für wichtig halte und möchte, dass das Ganze jetzt einfach mal geklärt wird, damit das mal ein Ende endlich hat. Ich habe nämlich auch echt keinen Bock mehr darauf. Ich bin mir aber noch sehr unsicher, ob es Sinn macht, dass ich jetzt irgendwie mit da einsteige. Was denkt ihr darüber? Würde es helfen? Schreibt einfach mal eure ehrliche Meinung. Sollte ich das irgendwie supporten, um den ganzen Scheiß jetzt mal an Ende zu setzen oder eher nicht? Würde mich echt interessieren. Wie gesagt, ich bin selber unschlüssig und eure Meinung wäre mir wieder wahnsinnig wichtig. Was die Sorgen vieler Vermieter angeht, ja, das ist ja jetzt nicht so, als würden wir die nicht ernst nehmen. Aber wir könnten da tatsächlich helfen. Ja, anstatt das Ganze vor Gericht zu klären, da kann ich nur die Empfehlung geben, einfach mal miteinander sprechen und technische Lösungen ausarbeiten. Und wir sind echt mega gerne bereit, auch Vermietern zu helfen, das Ganze ohne einen rechtlichen Konflikt zu lösen. Denn es gibt ja jede Menge Missverständnisse. Und für viele Probleme gibt es auch sehr sinnvolle, technische und optisch gut aussehende Lösungen. Also probiert es doch einfach mal. Wir helfen euch, wenn es sein muss. Versucht bitte. Ja, meine Meinung als Ingenieur zu den ganzen Dingen, also zu den Hürden, die die ganzen Vermieter da im Moment so auferlegen. Welche sind denn das? Das erste sind ja, sage ich mal, die statischen Lasten oder halt irgendwie so ein statisches Gutachten, was die verlangen. Und in dem Ingenieurwesen teilt man solche Lasten nach Statik und Dynamik auf. Und Statik bedeutet jetzt einfach nur, dass sich nichts bewegt. Dynamik wäre es, wenn sich zum Beispiel, wenn dann etwas schwingt oder so weiter. Das heißt, ich habe immer so wiederkehrende Lasten. Und das beansprucht so ein Bauteil natürlich viel, viel krasser, als wenn ich einmal so eine statische Last habe, die immer so konstant darauf wirkt. Das ist jetzt mal so ganz einfach gesprochen. Dynamik halte ich in diesen Fällen für Balkonkraftwerke tatsächlich für problematisch. Und habe da auch schon mal leider was Schlimmes erlebt. Und ich erkläre euch jetzt gleich auch, warum. Fangen wir mal ganz kurz mit der Statik an. Ich kann jetzt hier keine perfekte Rechnung machen, aber zumindest mal ein bisschen Einblick darin geben, wie viel so ein Geländer eigentlich aushält. Naja, es gibt horizontale Lasten. Also zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt gegen so ein Geländer lehnt, also so von vorne nach vorne drückt quasi. Und es gibt auch vertikale Lasten, so hier zum Beispiel, wenn ein Blumenkasten dranhängt. Also so von oben nach unten drückt. So und 100% voneinander trennen kann man das oftmals auch nicht. Also wenn ihr euch jetzt zum Beispiel so dagegen lehnt, da wirken natürlich beide Kräfte. Einmal von oben so ein bisschen, aber das meiste natürlich von vorne. Also das ist klar. So, soweit so gut. Wie sind jetzt die zulässigen minimalen Lasten eines Balkongeländers? Naja, grob gesagt sind es 50 Kilogramm pro Meter an horizontaler Last. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel so dagegen drücken würde. Aber der Vermieter beziehungsweise Eigentümer sollte das eigentlich wissen. Denn ich denke, in den meisten Fällen dürfte es sogar mehr sein. So, was ist jetzt so ein Solarmodul? Wie viel wiegt das eigentlich? Wir haben da jetzt circa zwei Meter Breite und so 25 Kilo Gewicht. Ja, wenn ich jetzt mal eine Aufhängung noch dazu nehme, dann habe ich so ungefähr eine Last von 12,5 Kilogramm pro Meter, von denen ich ausgehen kann. Allerdings sind die vertikal, wenn ich jetzt zum Beispiel das Ding 99 Grad aufstelle. Das heißt, die wirken von oben nach unten. Natürlich nicht seitlich auf das Geländer. Wenn ich das Ding jetzt aber anstelle, das Modul, also das heißt ich winkele es an, dann habe ich natürlich auch eine horizontale Kraft, die dann auch steigt, je nachdem wie stark es angewinkelt ist. Im Zweifel gibt es aber auch hier sogenannte ETFE-Module. Und die Dinger, die sind wirklich so flexibel und die sind eigentlich wie so eine Art Folie, kann man die sich vorstellen. Und die wiegen nur 5 Kilogramm. Und da brauche ich auch gar keine Aufhängung oder so, sondern die kann ich wirklich mit einfachen Stahlkammelbindern festmachen. Und selbst bei Glasbalkonen oder so was oder Geländern mit niedriger Tragkraft ist das eine mega gute Lösung. Also hier kann ich wirklich nur empfehlen, sich das zumindest mal anzusehen. Also auch als Vermieter ist es durchaus eine Option, wenn ich sage, ich habe jetzt so ein Geländer, wo ich so sage, das finde ich nicht cool. Das geht auf jeden Fall. Also das könntet ihr den Leuten schon erlauben. Und ich finde auch, dass es jetzt wirklich nicht so schlimm aussieht. So, wie viel kann jetzt der Wind ausmachen? Das ist ja auch total wichtig zu wissen. Also erstens mal muss man jetzt sagen, wenn ich ein Balkongeländer habe, das sowieso geschlossen ist, zum Beispiel da eine Glasplatte vor ist oder so, da muss die Windlast bereits eingerechnet sein. Und die wird auch nicht viel größer, wenn ich da jetzt einen Solarmodulplan runterhängen habe. Wenn es angewinkelt ist, klar, dann kann da natürlich auch eine Sohrkraft und so entstehen, aber das lassen wir mal gerade raus, das wird jetzt zu kompliziert. So, aber sagen wir mal, das ist nicht der Fall. Dann kann man sagen, so ganz grob, je nach Windzone, habe ich da nochmal 30 bis 50 Kilogramm pro Quadratmeter Solarmodul an zusätzlicher Last. Also auch ungefähr pro Meter Geländer. Allerdings verteilt sich das Ganze natürlich über das gesamte Geländer, weil ich habe ja ein flächiges Modul. Das heißt, es wirkt jetzt nicht alles oben nur auf den Holm. Die Maximalbelastung, die ich eben angegeben habe von den 50 Kilogramm, die bezieht sich oben auf den Holm, also den Handlauf, wenn ich da wirklich volle Pulle gegendrücke. Also die Last wäre wahrscheinlich durch den Wind auch nochmal geringer. So, und bei so einem Wetter wird sich wohl auch kaum jemand noch dagegen lehnen. Das heißt, ich kann nicht davon ausgehen, dass das additiv ist, also dass ich mich jetzt dagegen lehne und gleichzeitig knüppelt der Wind da volle Pulle drauf. Das ist wohl sehr unwahrscheinlich. Zudem muss man auch sagen, dass der Wind wohl kaum aus Richtung Haus oder Wohnung gegen das Geländer prallen wird. Wenn, kommt er eher von vorne, weil das Haus ja einfach im Weg ist. Das ist relativ logisch, finde ich. So, jetzt haben wir aber die dynamischen Lasten, die ich eben angesprochen habe und die halte ich tatsächlich für möglicherweise ein Problem und habe da auch schon mal selber leider was erlebt. Ein Geländer kann, wenn es wirklich scheiße angebracht ist, also wenn der obere Handlauf quasi nicht an der Wand befestigt ist, ja, das heißt, der ist oben wirklich freischwingend und grundsätzlich auch zum Schwingen neigt. Also wenn das zum Beispiel dann ein Stahlgeländer ist mit einem dünnen Rohrdurchmesser, also einem sehr ungünstigen Flächenträgheitsmoment, dann kann das bei starkem Wind tatsächlich anfangen zu schwingen. Und das passiert insbesondere dann, wenn die Module nicht senkrecht, also angewinkelt angebracht werden. Diesen Fall habe ich selbst mal beobachtet und das ist wirklich nicht ohne. Worum geht's da? So, hier seht ihr jetzt ein Beispiel. Also hier ist ein Geländer ohne Befestigung des Handlaufs. Also ihr seht, oben kann das tatsächlich so frei schwingen, ne. Ich frage mich, ob das sowieso irgendwie erlaubt ist, aber in dem Fall, wo ich das gesehen habe, war es tatsächlich so. Der Wind kommt dann ungefähr in den meisten Fällen von parallel zum Boden, also so waren wir auch relativ gerade auf das Modul drauf. So, und jetzt wirkt hier eine Flächenkraft auf das Modul, das ist der Wind, ne. Also er drückt halt einfach dagegen. So, und das erzeugt natürlich einen Drehmoment in dem Geländer, das heißt, das will sich ja verdrehen. Das Geländer ist ja jetzt, wie gesagt, oben nicht befestigt und gibt der Flächenkraft danach. Sprich, es verdreht sich ein wenig. Die Kraft sollte hier in etwa senkrecht zum Modul wirken, ne. Je nachdem, wie es angebracht ist. Wir haben jetzt hier nur eine Anbringung oben angedacht. Deswegen verzeiht mir das, aber das macht es jetzt ein bisschen einfacher. Im Prinzip ist das eigentlich gar kein Thema auch alles. So einfach ist es aber nicht. Es könnt ihr nämlich hier sehen, dass sich der Anstellwinkel des Moduls durch die Verbiegung des Geländers geändert hat. Und damit natürlich auch die aerodynamischen Kräfte. Und jetzt wird es scheiße. Denn hier werden die, in dem Fall werden die sogar größer. Also wie ich es jetzt hier gemacht habe. Ihr seht, das dreht sich ein. Der Wind hat mehr Angriffsfläche. Und kann mehr Kraft ausüben. Gleichzeitig, seht ihr in grün dargestellt, will das Geländer natürlich zurück. Also auch das baut ja einen Drehmoment auf. Wie so eine Art Feder. Es ist wirklich wie eine Federkraft zu sehen. Die zunimmt, je stärker die Auslenkung ist. Also das heißt, je mehr das Ding gedehnt wird, kann man sich auch vorstellen. So und das ist jetzt eine sehr, sehr gespannte Situation. Ich habe jetzt hier wirklich zwei Kräfte, die sehr, sehr stark miteinander konkurrieren. So und lässt jetzt der Wind ein klein wenig nach. Also zum Beispiel eine Böe oder so, die einfach mal wegbricht. Kurzfristig, ja. Oder Turbulenzen oder so. Das passiert ja permanent. So kann das Ganze jetzt komplett umschlagen. Das Geländer schnellt dann zurück, weil einfach der Druck von dem Wind nicht mehr da ist. Und halt da einfach schon eine unglaubliche Kraft durch das Geländer wirkt. Je nachdem, wie weit das kommt, ändert sich dann die Aerodynamik des Moduls schon wieder. Die Kraft lässt jetzt hier in diesem Beispiel dann wieder nach. Je nachdem, kann sogar ein leichter Sog entstehen, wenn das jetzt so extrem angestellt ist. Ich meine, das ist jetzt hier wirklich übertrieben dargestellt. Aber ich wollte es nur mal zeigen, damit man es wirklich sieht. Und dann will das Geländer wieder zurück und wird in dem Fall den Kampf auch gewinnen, weil einfach kaum noch Kraft auf das Modul wirkt. Oder zumindest ist die kleiner geworden. Und das kann zu einem Schwingen führen. Und zwar, wenn man Pech hat, schwingt das jetzt wirklich regelmäßig. Und ich persönlich arbeite ja auch im Flugzeugtriebwerksbereich. Und dort nennt man solche Probleme aeroelastische Probleme. Oder im allerschlimmsten Fall nennt man das Flattern. Und das wäre der Tod für so ein Triebwerk. Und es unbedingt vorher zu verhindern. Das heißt, ich habe so eine selbstverstärkende Schwingung durch die Aerodynamik. Und das ist eine Katastrophe. So, und in sehr, sehr ungünstigen Fällen kann es durchaus sein, dass das mit einem Balkonkraftwerk ebenfalls passiert. Und wie gesagt, ich habe es mal bei einem Balkon gesehen, das Stahlgeländer war dort richtig am Schwingen wie irre. Und wir mussten rausrennen und eine Stütze gegen das Geländer pressen, damit die Horizontalbewegung einfach unterbunden wurde. Und ich glaube, sonst wäre das Teil möglicherweise abgerissen. So, und wie lässt sich das jetzt verhindern? Das ist ja vielleicht der wichtigere Punkt. Das ist eigentlich nicht so schwer. Das eine ist 90 Grad, also das Modul hängend anbringen, nicht anwinkeln. Oder einfach leichte Module, am besten zusätzlich wie ETFE-Module nehmen, die einfach weniger Schwungmasse mitbringen und das Ganze an sich schon weniger belasten. Oder wenn der Handlauf an der Wand befestigt ist, dann sollten die Auslenkungen natürlich auch unterbunden werden. Ich frage mich, ob das nicht grundsätzlich Pflicht sein sollte oder es vielleicht auch ist und ich jetzt da wirklich einen Balkon erlebt habe, der das einfach nicht gemacht hat. Die deutschen Normen sind hier leider nicht Open Source, sondern es kostet Schweine Geld, so freies Wissen und so. Deswegen weiß ich sie jetzt tatsächlich leider nicht. Aber egal, die 90 Grad, also wirklich dieses Runterhängende mit einem geringen Winkel, das halte ich für wesentlich, da die Winkeländerungen dann durch den Wind nicht mehr so stark sind. Also die hauen nicht mehr so rein. Ich fange jetzt nicht an, irgendwie da so das aerodynamische Profil so voll reinzubringen in den Wind. Das hilft dann schon. Hier könnt ihr nochmal so den Extremfall sehen. Dann kann man sich es vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Also auch einfach die Hebelwirkung, die da wirken kann. Wenn ich jetzt am Rand des Moduls drücke, dann seht ihr, könnt ihr euch vorstellen, dass jetzt hier gegen das Geländer eine ziemlich krasse Horizontalkraft wirkt. Und die ist durchaus auch hoch. Also das ist natürlich total zu vermeiden. Das wäre jetzt wirklich der krasseste Fall. Deswegen, ich sage es immer, bitte 90 Grad. Da habt ihr einen vollflächigen Kontakt zum Geländer und das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Hier nochmal ein Hinweis auf eine ziemlich coole, kostenlose und sehr empfiehlenswerte Infoveranstaltung zum Thema. Ihr müsst euch aber anmelden. Link ist in der Beschreibung. Also checkt das mal aus. Da könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal informieren. Gerade diese Mieter- und Vermietersachen und auch die Privilegierung, die kommt. Da werden nochmal ein paar Fragen zu beantwortet. Also ein paar Kumpels von mir, der Christian, der mit mir auch die Petition gemacht hat. Kann ich nur empfehlen. Schaut es euch mal an. Was auch oft verlangt wird. Der zweite Punkt. Brandschutzgutachten. Es wird jetzt super gerne ein Brandschutzgutachten verlangt. Und ich würde das hier sehr kurz halten und einfach mal behaupten, dass Balkonkraftwerke dann doch so zertifiziert sind, dass sowas abgedeckt ist. Ein Wasserkocher, ein Grill oder ein Toaster dürften hier erheblich gefährlicher sein. Tatsächlich wurde sogar das Anleitern der Feuerwehr angeprangert, also dass sie quasi nicht mehr die Leiter gegen den Balkon liegen können. Soweit mir bekannt, werden die in der Regel hydraulisch angefahren. Das heißt, die Leiter hält eigentlich von selber und sollte das auch eigentlich aushalten. Ich glaube aber auch, dass man ohne große Probleme eine Leiter gegen den Balkonkraftwerk legen kann, wenn es denn jetzt wirklich sehr, sehr notwendig sein sollte. Den Punkt kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Ich bin aber auch kein Experte hier. Das lässt sich sicherlich aber auch nochmal sinnvoll und allgemeingültig klären. Dann wurde ein Elektronikcheck verlangt oder wird oft verlangt. Das heißt, eine Prüfung der Wohnungselektronik. Also hier muss ich jetzt schon echt so ein bisschen lachen, weil die sichere Installation in der Wohnung, dafür ist doch der Vermieter zuständig. Also ohne Scheiß, ihr habt ernsthaft Angst, dass eure Elektrik in der Wohnung 600 Watt nicht aushält. Also dann wäre mein Tipp an den Mieter, zieht sofort aus, weil wenn die Wohnung so unsicher ist, dann würde ich da nicht pennen wollen. Also das ist echt komisch, muss ich zugeben, verstehe ich nicht. Ausnahme ist es ja, ihr habt das jetzt irgendwie im Mietvertrag vereinbart oder so, dass ihr für die Elektrik zuständig seid. Fände ich jetzt merkwürdig, aber wer weiß, mag es alles geben. Unterm Strich bleibt mir jetzt insgesamt der Eindruck, dass es hier eher um eine Verhinderung geht und nicht um echte Gründe. Also nicht um wirkliche Sorgen. Und das Ganze natürlich zu einem krassen Nachteil des Mieters und am Ende von uns allen, denn die Teile können halt einfach einen kleinen Beitrag zur Energiewende leisten. Und ich glaube, dass es viele Leute auch ein bisschen entlasten würde in ihrem Leben. Aber wie gesagt, anstatt vor Gericht zu ziehen, klärt die Vermieter doch lieber auf, bietet Lösungen an, denn es gibt sie, wie ihr schon gesehen habt. Auch optisch kann man da einiges tun. Wie gesagt, wir sind bereit auch zu beraten, zu helfen. Das ist gar kein Thema, aber das, was da im Moment abgeht, das ist echt keine schöne Sache. So macht man das einfach nicht in meinen Augen. Ich finde es nicht cool. Also was soll das? Ja, drohende Klagewelle ist kein Witz. Es gäbe echt noch so ein paar Dinge im Gesetzesentwurf des Justizministeriums, die man sicherlich etwas klarer gestalten könnte. Und damit vielen, vielen Klagen direkt Wind aus den Segeln nehmen könnte. Und das heißt, wir könnten hier möglicherweise eine echte Klagewelle, die da jetzt auf uns zurollt, einfach jetzt schon verhindern. Insbesondere Klarstellung, was diese ganzen Zuständigkeiten und so weiter angeht. Ich bitte also darum, sich hier nochmal bei uns zu melden. Also das Justizministerium, wir weißen nicht, wir wollen helfen, wir sind da. Und ich will jetzt auch nicht sagen, wir haben es ja gesagt, aber wir haben es ja gesagt. Also genau das haben wir tatsächlich schon mal irgendwie angeprangert. Und so wie das jetzt im Moment ist, ist es leider auch so ein bisschen ein zahnloser Tiger. Und wird den Mietern und Mieterinnen erst nach Jahren voller Klagen und Gerichtsverfahren etwas bringen. Und wie gesagt, wir möchten helfen, gerne bereit dazu. Also bitte, bitte klärt das vorher. Damit wären viele geholfen. Und das muss wirklich nicht sein. Ja, soweit so gut. Ich hoffe, ich konnte euch hier nochmal aufklären. Ich hoffe, dass wir jetzt hier auch irgendwie konstruktiv weiterarbeiten können. Ich fände es super. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Ansonsten, ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Bis dahin, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.